Hallo, ihr süßen Puppis, willkommen zur Dschungel-Nachlese der fünften Folge. Ihr werdet es gar nicht glauben, ich bin heute, es geht wirklich noch, ich bin heute seit 9 Uhr morgens geschminkt, weil ich habe den ganzen Tag auf der grünen Woche Messe-Travestie gemacht, war dann am 18 Uhr wieder zu Hause, habe dann mich bekochen lassen von meinem Mann und habe dann sogar noch mal ein Nickerchen gemacht mit Gesicht, habe mich einfach so ganz flach so aufs Bett gelegt und so ein Handtuch drunter, wirklich wie eine Mumie habe ich geschlafen und das Gesicht war danach immer noch drauf, sowas kann ich sehr gut und dann gleich weiter ins Rauschgold und noch schönes Dschungelgucken moderiert. Aber für euch mache ich das alles wahnsinnig gerne und heute war das Dschungelcamp super, passt auf! Also Gunter Gabriel und Rolf Zacher sind ja die Gesichtsältesten und Knieältesten im Camp und es ging eigentlich nur um Pissen und Scheißen. Die Klobrille wieder vollgepisst, das war bestimmt Rolf Zacher, der speedsüchtige Fußballer, ist da überhaupt nicht begeistert von. Der hat gesagt, wenn er das jetzt nochmal erlebt und der guckt auch bei jedem Mal nach und wenn er halt irgendwann rausbekommt, wer da die Klobrille vollpisst, der macht den platt, der zerreißt ihn in der Luft, reißt ihm die Gedärme raus, den Kopf ab und scheißt rein, ja? Und der Gunter Gabriel, ja? Mit diesem Gesicht, mit diesem Gesicht. Der muss nachts öfter auch mal raus, jetzt wo sie alle ja auch zusammen in einem Camp sind, ja, da hat schon hier die Tittenmaus hat schon gesagt, mein Gott, sie kann überhaupt nicht mehr schlafen, weil ständig die ganzen Rentner, die müssen ja alle ständig nachts auf Klo, ja? Gunter Gabriel, der ist dann morgens, der ist dann wach geworden, ja? Und dann habe ich schon gleich gedacht, der geht jetzt bestimmt kacken. Und da hat er sich hochgeoppert, ja? Und dann ist der ganz langsam, ist er dann aufs Dschungelklo gegangen, Vorhang zu, ne? Boah, jetzt geht's los. Und der kackt ja mehrmals am Tag. Der kackt ja Elefantenhaufen, der weiße, kackt der sich. Hat dann erstmal nach dem Kacken erstmal ein schönes Nickerchen nochmal gemacht, ja, das ist ja auch anstrengend. Stuhlgang ist anstrengend. Und Riggi hat dann die Kacke auf der Klobrille entdeckt. Und dann war Polen offen. Und dann kam die Dschungelprüfung. Und die Dschungelprüfung war heute wahnsinnig unterhaltsam, war unser allerliebste Dschungelcamp-Teilnehmerin Helena Fürst. Ja, der Predator mit den Haaren. Die musste natürlich wieder eine Prüfung zusammen mit dem Speedsüchtchen Ex-Fußballer und es war eine Essensprüfung. Komm rein! Es war eine Essensprüfung. Und ich liebe Essensprüfungen. Wollt ihr mit dazukommen? Ja? Böse alte Frauen. Die böse, die zwei bösen alten Frauen. Du hast ja da ein tolles Fashion. Ja, das ist meine neue Kamera. Ja, du musst dann auf die andere Seite. Ihr müsst neben mir beide sitzen. So, guckt mal hier. Wir haben jetzt hier nämlich noch die Celi. Hallo! Das ist die Celi Morell. Tachchen! Das ist die Pan Am Drag Airlines. Heute beide aber am Boy-Fummel. Was schnaufst du denn so? Entschuldigung, das war das Essen. Und die Helena Fürst, die hat ja dem Thorsten Legert immer so, ich würde sagen, er hat gesagt, gib mir drei Viertel, ein Drittel kannst du ja dann auch essen. Am allerwiderlichsten fand ich diese Kuhäuter sitzen in diesem eigenen Saft, wie unsere Thunfischdosen. Ja, die Entenfüße. Die Entenfüße, da mussten sie so die, wie heißt sie was? Schwimmhäute. Die Schwimmhäute mussten sie rausknabbern, Kakerlaken, diese Würmer, diese ganz langen, langen Würmer, die haben aber, und die Kakerlaken haben nach Menthol geschmeckt, hat die Helena Fürst gesagt. Dann haben sie noch fermentierte, pürierte Eier und, ach ja, und da mussten sie hier Ziegenblut mit Rinderhirn oder irgendwie sowas püriert. Lammhirn, Lammhirn, also ganz junges Hirn, ja. Der Thorsten hat sich gedacht, scheiße, da muss ich jetzt hier die ganze Scheiße fressen, aber der hat es für seine Mannschaft, hat er es gemacht und dann waren sie durch, haben 10 von 12 Sternen und dann war noch ein so ein fermentiertes Eischnappsschen, war noch über, hat er dann einfach mal auch noch so runtergekippt, obwohl er gar nicht mehr musste, macht er alles fürs Team. So, und dann waren sie halbwegs ein Herz und eine Seele und dann waren sie im Interview danach und dann hat die Helena Fürst gesagt, hat er, glaube ich, hat da irgendwie was gesagt wie, ja, ich mache alles für meine zwei Kinder und so, und dann hat sie auf einmal den Akku aufladen, steht ihr. Ja, ich lade gleich den Akku auf, darf ich bitte noch zu Ende aufzeichnen? Oh Gott, jetzt müssen wir schnell machen. Und da hat die Helena Fürst, wenn jetzt gleich vorbei ist, dann ist der Akku alle, hat die Helena Fürst da dann gesagt, ey, was lügst du die ganze Zeit so, erzähl dir so einen Scheiß, du bist hier beim Fernsehen, Mann, und du machst das natürlich nur wegen der Kohle und so. Und dann hat er gesagt, halt, die Klappe haben sich voll gezofft und ich sag euch, ich sag euch, ich habe einen Insider-Tipp bekommen, der stimmt wahrscheinlich nicht, aber man vermutet, das Internet vermutet, dass Helena Fürst ist ein eingeschleuster Maulwurf von RTL. Ein Schläfer. Ein Schläfer, ja, ja, die ist von Pegida. Dann war es vorbei, da haben sie alle gestritten, dann ist hier noch, der Opa ist raus, der konnte einfach nicht mehr. Nee, der hat ja auch immer andauernd auf die Brille gekackt. Ja, der hat, oft habe ich schon erzählt, eingangs, der war dann fertig, der wollte nicht mehr und hat dann gesagt, ich bin ein Star, holt mich hier endlich raus und dann durfte er raus. Ja, erst mal hat er sich schöne Nutte bestellt und eine Pulle Whisky aufs Hotelzimmer und dann war sein Leben auch wieder so wie immer. Dr. Bob hat ihn aber noch vorher untersucht und er hat gesagt, der ist gesundheitlich, ist ja komplett okay, noch viel, viel fitter als er selber, der Dr. Bob, der hatte einfach nur keinen Bock mehr, ja, weil der Entzug, das Zittern, das hört ja irgendwann nicht mehr auf und dann wandelt sich jetzt zum Schluss noch, und das finde ich wahnsinnig widerlich, so eine kleine Liebesgeschichte an. Zwischen, ähm... Jürgen und Thorsten. Zwischen Jürgen und Thorsten und der, ja... Nathalie und... Ähm, da, der Koronis, der Koronis. Koronis, ja, und ich finde diese Nathalie, das ist ja so eine widerliche Scheißgut. Ich finde, die hat eine Ausstrahlung von so einer, ne, Straßenlaterne. Ja, richtig, von einer Straßenlaterne. Aber die beiden, wenn wir die noch ficken sehen, äh, dann kündige ich hier meinen Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl, einer, der ist ja den David mal nackt. Ja, wenn er nicht spricht, ja, gucken wir uns mal an. Wir nähen jetzt noch ein paar Tischdecken, weil die Sally näht nämlich heute den ganzen Abend schon Tischdecken. Nein, die sind fertig. Ach, die sind fertig, da ist die Nähmaschine, ja, die hat genäht, ja, die hat sich ins Nirvana genäht. Und ich gehe jetzt aber auch nach Hause, ich möchte endlich dieses Gesicht von meinem Gesicht haben. Ja, dann riechst du auch schon. Ich rieche auch schon ein bisschen streng, ja. Ein bisschen nach Dschungel auch. Ja, 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 und dann sehen wir uns morgen schon wieder, bis dann, bye. Bye. Sharing is caring. Ja, 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 ja.